Wenn Sie mich fragen würden, was ich mit Henkel verbinde, so wären das fröhliche Feste und sympathische Unterhaltungen. Menschen, die nicht nur die Großen, sondern auch die kleinen Dinge im Leben mit Eleganz feiern. Eine gute Zeit mit interessanten Personen aus aller Welt oder auch denen, die ich bereits kenne. Dieser Augenblick des Anstoßens und dann das Prickeln auf der Zunge und der verlässlich gute Geschmack von Henkel-Sekt, der den Moment noch einzigartiger macht. Das würde ich antworten. Jedoch gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Tradition, Wissen und Handwerkskunst und die Menschen hinter der Marke. Warum fragen wir also nicht einfach Sie, um mehr über Henkel zu erfahren? Nun, Henkel kennt man natürlich jetzt allererstes Mal aus Deutschland. Die Marke gibt es hier seit über 150 Jahren. Schon seit jeher, also seit über 100 Jahren, empfangen wir Gäste aus aller Welt im Marmorsaal. Wenn man hierher kommt, kann man auch nach über 100 Jahren einfach Henkel noch mit allen Sinnen wahrnehmen und erleben. Die Produktion von Henkel zeichnet sich heutzutage dadurch aus, dass wir hochmoderne Anlagen in Betrieb haben, gepaart mit traditioneller Handwerkskunst. Die Produktion von Henkel-Sektion Die Produktion von Henkel-Sektion